Hey Leute, was geht? Ich war willkommen zu einem neuen Video! Leute, ich zeige euch heute 10 krasse Minecraft Seeds. Bei einem gibt es viele Diamanten, bei dem anderen viele krasse Biome. Let's go! So Leute, die erste Welt könnt ihr schon mal nennen, viele Diamanten. Denn Leute, ihr werdet gleich staunen, wie viele Diamanten wir finden werden. So, hier haben wir Weltoptionen. Das hier ist der Seed. Zack, seht ihr hier? Und dann mache ich hier auf dann. Dann mache ich hier schnell noch einmal kurz auf hart. Irgendwie ist es, glaube ich, wichtig, dass hier hart steht oder so. Und jetzt, komm, wir machen noch kreativ und let's go! So Leute, die Welt hat gelandet. Nice, Biomi auf jeden Fall. Sieht ja auf jeden Fall ganz schön aus, Leute. Und dann müsst ihr euch genau hier hin bauen. Hier oben rechts, ich mache nochmal die Koordinaten. Minus zwei, drei, eins, bla bla bla. Und jetzt, Leute, wenn wir uns hier runter bauen, ihr werdet so krass staunen. So viele Dias habt ihr noch nie in eurem Leben gesehen. Wo ist das denn? Wir müssen hier ganz nach unten. Oha, wo sind wir hier? Nice. Gleich werden die Dias kommen, Leute. Wirklich ganz viel auf einen Haufen. So, wir sind angekommen. Ja, wir sind da. So, und ihr seht jetzt mal ein Dias. So, zack, schon direkt zwei, drei, vier. Da drunter ist da wahrscheinlich auch noch einer. Fünf. Guck mal, wir haben schon fünf Dias hier. Sechs, sieben. Oha, und hier sind noch mehr Leute. Hä? Was geht hier ab? Ich baue gerade einfach alle Blöcke ab. Baue mir komplett außenrum ab. Dann seht ihr, wie viele hier sind. So. Wir sind sogar schon fast ganz unten von der Minecraft-Map. So, lass doch mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Dias auf einen Haufen. Oder kann ich nicht zählen? Doch, doch. Vier, eins, vier, eins. Leute, richtig krass. Guck mal, zehn Dias direkt hier. Und das Krasse ist, wir haben hier ganz da nochmal Dias. Warte, ich muss mal kurz gucken. So, Leute. Dann müssen wir hier bei diesem weißen Stein hier nochmal den Koordinaten einfach nochmal gerade ausbauen. Also hier ganz kurz ein bisschen nach vorne bauen. So, dies, das. Vielleicht finden wir vielleicht hier noch andere Ärzte. So, hier haben wir schon direkt die nächsten Dias, auch nochmal ganz viele. Leute, ich finde eigentlich immer nur so ein, zwei Stück oder so. Aber hier sind direkt richtig viele. Das ist so krass. So, das sind, glaube ich, auch nochmal vier Stück. Aber, Leute, es geht immer noch weiter. Noch ein kleines Stück hier nach vorne. Und dann sollten schon wieder die nächsten kommen. Hier ist nochmal Gold. Und hier schon wieder die nächsten Dias, Leute. Ey, das ist viel zu krass. Hier ist, hier ist, hier ist, oh, da habe ich ein Gold abgebaut. Hier ist nochmal eine Riesenmenge an Dias. Warte mal. Oha, das hört ja nicht auf. Da oben ist noch einer. Das sind wieder fünf Stück, oder? Oder warte, nee, vier, fünf, neun Stück. Glück sind hier. Alter, das ist krass. Neun. Das sind, glaube ich, acht hier. Oder warte, ich habe noch gar nicht ganz geguckt. Ja, hier sind acht. Da sind neun. Und da sind zehn oder so, Leute. Fast eine ganze Diamantrüstung direkt am Start. Das ist viel zu krass. Die nächste Welt könnt ihr schon mal nennen. OP-Loot am Start. Ist eigentlich egal, wie die hier heißt. So, mehr Weltoptionen. Hier der Seed. So, da ist der Seed hier. Das hier muss natürlich an sein. Ganz wichtig. So, Welt erstellen. So, Leute. Und hier sieht es eigentlich erstmal ganz normal aus, finde ich. Okay, der Bergteil hinten sieht schon mal krass aus. Dies, das. Aber das ist hier nicht das Krasse. Wenn ihr euch hier umdreht. Und dann mal hier hinfliegen. Seht ihr schon mal erstmal? Wir haben hier ein nächster Portal zum Start. Nice. Könnt ihr schon mal... Oha, guck mal, was für ein krasser Loot ist. Können wir schon mal mitnehmen. Aber okay, habt ihr das hinten schon gesehen. Guckt euch das da hinten an. Was geht da? Wir haben hier erst ein Villager-Dorf. Und dann noch diese Riesenfestung. Guckt mal, die ist hier richtig reingebackt. Das sieht richtig dumm aus. Aber jedes Mal, wenn ihr den Seed eingibt, dann kommt ihr hin. So, warte, was geht hier mit dem Haus eigentlich ab? Guckt mal, es sind überall Kommissar-Blöcke drin. Das Bett steht hier trotzdem noch. Das Haus ist eigentlich ganz normal, hä? So, Villager-Dorf. Hier gibt es ja natürlich Öfen und alles ist richtig nice. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier reingehen. Hier in diesen Loot-Dings. Warte, hier ist doch bestimmt irgendwo eine Küste. Oder? Ja, hier ist eine Küste. Und? Guckt mal, wir haben direkt die Rüstung zum Start. Also, wenn ihr Minecraft durchspielen wollt, richtig schnell mit Speedrun, würde ich euch diesen Seed empfehlen. Hier könnt ihr euch erst mal die Rüstung direkt zum Start holen. Und da könnt ihr direkt zum Nessa. Da vorne, richtig krass. Aber let's go zum nächsten Seed. So, Leute. Die nächste Map könnt ihr schöner Berg nennen oder wie ihr wollt. Das hier ist der Seed. So, let's go. Lasst die Welt erstellen. Leute, hier werdet ihr jetzt auch richtig krass stauen. Wartet ab. Und? Ich schaue nach der Welt. Oh, wo bin ich hier? Ganz dunkel. Oha, Leute. Guckt euch das hier an. Wo bin ich hier? Alter, das wird jetzt ultra heftig. Wartet mal. Oha. Ihr habt selber gesehen. Ich hab nicht irgendwie diese Berge und so eingestellt. Nein, das ist eigentlich ein ganz normales Minecraft-Fact. Aber schaut euch das hier an. Mein PC hält das was gar nicht aus. Es leckt hier ultra krass. 20 FPS hab ich. Alter, das ist hier ein Riesenberg. Mit einem Dorf sogar noch da unten. Das ist halt das Krasse noch an dem Berg. Guck mal, das Dorf geht bis hier hin sogar. Hier sind noch die ganzen Weizen und alles. Guck mal, da oben ist noch ein Villager. Lol. Was ist das hier für ein krasses Dorf, Leute? Habt ihr schon mal sowas gesehen? Dieser Berg ist so gigantisch. Guck mal, da fließt Lava. Runter da unten. Was geht da ab? Da ist auch ein Dorf. Da ist ein Brunnen. Hier überschwemmt gerade alles. Oh nein. Aber ja, Leute. Ultra krasser Berg. Einfach so in der normalen Minecraft-Fact. Aber lass weiter machen. Leute, das hier ist der nächste Seat. So, drücken wir auf dann. Kreativ können wir noch einstellen. So, Leute. Die Welt hat gelandet. Wir sind hier im Dschungel. Ist schon mal ganz nice. Hier können wir erstmal die Kakaobohnen mitnehmen und so. Also um Essen müssen wir uns nicht direkt Sorgen machen. Aber, Leute. Ich fliege mal kurz raus. Ihr seht schon da hinten. Was geht denn da? Wir haben ja einen Dschungel und direkt ein Clay-Bium nebenan. Aber guckt mal, wie schön das ist. Habt ihr schon mal so ein Clay-Bium gesehen? Ich finde, es sieht wirklich so aus, als hätten es hier Spieler gebaut oder so. Keine Ahnung. Guckt euch das hier an. Was für eine schöne Welt hier. Man könnte hier so coole Sachen hinten bauen oder so. Häuser. Keine Ahnung. Hier geht es sogar noch hinten weiter, Leute. Ihr müsst einfach nur den Seat eingeben. Und dann könnt ihr es auch hier sehen. Ich spiele gerade hier die 1.16.5. Eben habe ich die 1.16 gespielt in den anderen Maps. Weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Aber vielleicht spot das auch in anderen Versionen. Keine Ahnung. Aber was hier noch krass ist an der Map hier, ist auch noch direkt ein Pilz-Bium. Erstens sieht es schön aus. Dann haben wir einen Dschungel. Und dann haben wir noch einen Pilz-Bium. Wie krass ist das? Guck mal, jetzt sehen wir einfach Schüsseln. Und haben wir auch unendlich viel Essen. Ja, Mann. Viel zu krass. Auch ein guter Start. Aber, Leute, es geht immer noch weiter. Ja, Mann. Leute, jetzt könnt ihr schreiben, schönstes Villager-Dorf der Welt. So, dann geben wir hier den Seat ein. Zack. Natürlich alles in der Beschreibung. So, ich gehe kurz Game-Mode. So, Leute, die Welt hat geladen. Wir spawnen hier in den ganzen Malen Villager-Dorf. Sieht ja eigentlich ganz normal aus. Aber ihr seht schon im Hintergrund. Wie krass ist das bitte? Und wie schön. Guck mal, wie viele Eisberge hier sind und alles außenrum. So ein schönes Villager-Dorf, Leute. Guck mal, warum friert das hier eigentlich nicht, frage ich mich. Ihr könnt ja mal außenrum hier so ein bisschen rumfliegen. Guckt euch das hier an. Wirklich, sowas habe ich noch nie in Minecraft gesehen. Sehe ich gerade zum allerersten Mal. Und was wieder krass ist, unendlich Essen habt ihr auch wieder hier vorne. Das ist wieder Pilzgühe. Könnt ihr euch auch wieder einfach Suppen holen ohne Ende. Ey, Leute, das ist viel zu heftiger Seat für dich. So etwas Besonderes sieht man eigentlich nie in der eigenen Welt. Aber wir können ja auch kurz gucken, das ist sogar eine Dings. Hier bei der Mille gibt es doch immer Loot, oder nicht? Warte mal. Gucken wir mal, was gibt es hier in der Kiste? Oha, guck mal, wir haben auch direkt schon Eisenrüstung jetzt zum Start. Das ist doch richtig nice. Zwar keine D-Rüstung, aber hier sieht es auch gut aus. Und wir haben hier noch ein bisschen Essen. Egal, weiter geht's. Leute, das hier ist der nächste Seat. So, let's go. Hier, play. Und Leute, ich dachte gerade, das ist der gleiche Seat. Aber ist es nicht? Wir spawnen wieder hier. Und sind hier wieder bei einem richtig coolen Villager-Dorf. Da fließt direkt wieder das Wasser runter, schade. Aber guck mal, wir haben hier schon mein Brot. Hier sogar eine Melone direkt am Start. Nices Dorf. Gucken wir uns das Haus auch mal hier an. Ist hier auch sogar schön gemacht. Innen drin. So, ja, wir schauen mal dieses Buch da. Ist ultra nice. Und Leute, es ist wieder kein normales Dorf. Wir haben hier wieder einen riesen Berg. Sieht ähnlich aus, ein bisschen wie der andere. Aber das ist ein anderer. Wir können ja auch mal kurz hier rumfliegen und hier uns den Berg angucken. Guck mal, das geht da hinten sogar noch weiter, ey. Da ist auch wieder viel zu krass. Man sieht ihn fast gar nicht in meinem ganzen Bildschirm. Alter, wie sieht das hier aus? So viele Blöcke. Und guck mal, hier ist der Verlauf und alles. Ey, ich finde das voll krass. Hier gibt es auch fliegende Inseln und alles. Guckt euch das hier an. Alter, der Blick von hier. Was ist das hier? Ist halt auch wieder eine normale Minecraft-Map, wo einfach so ein riesen Berg wieder steht. Krass, Alter. Das ist wieder ein cooler Seed. Aber es geht weiter mit dem nächsten Seed hier. So, die Welt ist fertig geladen. Wo sind wir hier? Okay, wir haben hier schon mal eine eigene Insel. Ist ganz cool. Haben hier auch direkt zwei Kumpels. Was geht, Schildkröten? Guck mal, die haben sogar ein Baby. Was geht? Aber, Leute, hier ist wieder auch was ganz Krasses. Guckt mal, hier vorne. Okay, so krass OP ist das jetzt hier auch nicht. Aber, guck mal, hier hat eine ganze Insel, ja, wurde vom Dorf übernommen. Wir haben einfach ihre eigene Insel hier bekommen. Richtig cool. Wir können ja mal gucken, was hier wieder für Loot ist. Mal gucken, was du hier geleistet hast. Ich guck mal. Warte, in den Öfen ist nie was drin, oder? Okay, ich glaube nicht. Aber in der Kiste. Oh, zwei ist, okay, ist nicht krasser Loot hier. Aber, Leute, wenn ihr zum Anfang in der Minecraft eine schöne Insel sucht, dann könnt ihr euch diese Map hier auf jeden Fall empfehlen. Nix, das sieht der hier. Leute, der sieht hier ist ähnlich wie der von gerade eben. Wir haben hier wieder schön eine Insel mit einem Dorf. Aber das ist sogar so, diesmal so voll das Riesendorf, finde ich. Guck mal, viele Häuser hier stehen. Und wir haben hier diesmal auch ganz viele Bäume am Start. Da haben wir noch mehr Inseln und alles. Wo ist die Schmiede? Ich will mal wieder gucken gehen. Gibt es ja überhaupt eine nicht. Ich sehe keine. Oh, oh. Ich werde hier, glaube ich, bestimmt auch guten Loot finden. Ich kann ja kurz mal gucken, gibt es hier Kisten irgendwo. Hier vorne haben wir eine Kiste. Was geht, Bewohner? So, gucken wir mal. Lederschuhe. Okay. Aber, Leute, auf jeden Fall eine gute Alternative zum letzten von gerade eben. Ich sehe auch gerade noch, wir haben hier noch im Ozean hier diese ganzen neuen Blöcke da. Jedoch das Biom ist in der Nähe, ist auf jeden Fall ganz nice in die Startinsel. Können wir mal gucken hier unter Wasser. Hier sind neue Blum-Blum-Fische. Okay, weiter geht's. So, Leute, hier ist der nächste Seat. Wir spawnen dann hier wieder in so einem Biom. Aber, Leute, was ganz cool ist, hier vorne wieder haben wir so ein Eisbiom. Die sind ja eigentlich richtig selten. Ich finde die zum Beispiel nie. Und guckt euch das jetzt an. Wir haben hier dann diesen komischen Waldbiom. Dann haben wir hier noch eine normale Welt mit dem Dorf. Da haben wir ein Eisbiom mitten im Dorf auch noch. Hier könnt ihr euch auch wieder richtig viel looten und hier die schöne Welt genießen. Alter, schaut euch das hier an. Wir haben solche Welten bis jetzt richtig selten gefunden. Richtig nice. So, Leute, da haben wir wieder der nächste Seat. Okay, wir spawnen hier wieder in dem Dorf. Ganz cool. Ey, das sind Villager-Babys. Was geht? So, Leute, krass ist hier. Wir haben hier ein Dorf. Wir haben da vorne das Clay-Biom. Guckt mal, wie viel wir da abbauen können. Dann können wir Straßen bauen. Das ist immer ganz cool. Aber, Leute, das Krasse hier an dem Seat, das ist hier hinten. Schaut euch das an. Wir haben da wieder zwei Sachen ineinander gespawnt hier vorne. Einmal hier dieser Pillager-Turm. Das ist, glaube ich, sogar immer ganz krasser Loot, oder nicht? Warte, ich guck mal kurz. Oh, was haben wir für ein Buch? Pro Section 2. Ja, ist ganz nice. Und dann haben wir hier noch einfach ein Tempelt. Zusammen wieder hier beides fusioniert. Ich guck dir das mal an. Kann man hier trotzdem reingehen? Ich guck mal. Ja, das sieht ganz normal aus hier. Okay, nice. Innen drin, wenn man hier durch Dings im Tempel durchgeht, ist man einfach hier bei einem Pillager drin. Richtig nice. Wir können auch kurz gucken, was unten für Loot ist. Hier bei den Kisten. Soll ich drauf treten? Ah, ist ganz okay. Ein Emerald, ja. So, und ein Goldapfel. So, und jetzt. Let's go. Boom, wir müssen Pillager angreifen. Let's go. Oh, ähm. Hat nichts gebracht. Leute, einen coolen Seed hab ich noch. So, Leute. Wir spawnen wieder auf der Insel. Hier mit dem Villager-Dorf. Und hier ist wieder ganz nice. Guck mal, wir haben da schon ein Portal. Ist zwar, glaube ich, nicht ganz fertig. Aber guck mal, da fehlt nicht mehr so viel. Und hier ist eine Kiste. Gucken wir mal den Loot an. Ist auch ganz okay. Da ist halt hier wieder auch das Besondere. Hier ist eine Insel, Villager-Dorf und mit einem Portal direkt zum Start. Eine Schmiede sehe ich hier gerade, glaube ich, nicht. Guck mal kurz, was wir in den Kisten haben. So, ja, Essen und so. Aber, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Wenn ihr mehr so Top-10-Videos wollt. Und dann würde ich sagen, Tschüss.